Guten Abend vom Brandenburger Tor. Sie sind live in den Feiern. Zehn Jahre ohne Mauer. Auf der Bühne läuft schon das Festprogramm seit 19.30 Uhr. Es steuert langsam auf den Höhepunkt des Abends zu. Und im Augenblick spielt Mstislav Vostropovic mit seinen Cellisten. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal kurz rein. Das war der erste Ausschnitt. Wir hören gleich natürlich weiter rein. Es kommt nämlich bald der Höhepunkt. Dann spielen nämlich die Skorpions mit den Cellisten Wind of Change. Natürlich. Es war schon einiges los hier auf der Bühne und natürlich am Tage. Und jetzt, bevor es hier auf der Bühne weitergeht, ganz schnell eine Zusammenfassung des heutigen Tages und des Abends von Bernd Mosebach. Vor wenigen Minuten vor dem Brandenburger Tor, der Kanzler spricht zu seinem Volk. Die Mauer ist eingedrückt worden von Ost nach West. Und diejenigen, die den größten Anteil daran hatten, waren die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, waren die Menschen in der früheren DDR. Ihnen vor allen Dingen gilt unsere Dankbarkeit. Nun also doch Panik-Rocker Udo mit seinem Willkommensgruß. Eine der vielen gefühlvollen Töne an diesem 9. November. Genauso regnerisch und trübe wie am 9. November 89, so begann dieser Tag. Besinnlich auch eine der vielen Veranstaltungen heute Morgen. Direkt auf dem ehemaligen Grenzstreifen zwischen Treptow und Neukölln weihen Berliner ein Denkmal ein. Allein hier wurden 15 Flüchtlinge erschossen, zwei Kinder darunter. Genau vor zehn Jahren dagegen wurden diese Jungberliner geboren. Geburtstag mit Torte satt. Verteilt und spendiert vom regierenden Bürgermeister. Eine ganz andere Speisenfolge gab es vermutlich hier im Schloss Bellevue. Was die geladenen Weltpolitiker da im Einzelnen verzehrten, wurde natürlich nicht verraten, die Herren wollten unter sich bleiben. Und wieder Musik dem Anlass angemessen. Anderthalb Feierstunden im Bundestag, die zentrale Botschaft, die wahren Helden der Wende, das waren die Ostdeutschen auf den Straßen. Doch ohne die Tatkraft dieser Herren hätte es wohl auch nicht geklappt. Für eine kurze Zeit war ich im amerikanischen Kongress und im Weißen Haus. Und ich mag diesen Geist der Harmonie, Freundlichkeit und Herzlichkeit und ich würde diesen Geist gerne in eine Flasche füllen und mit in unseren Kongress und ins Weiße Haus mitnehmen. Das wäre eine wundervolle Sache. Die zweite Botschaft dieser Veranstaltung, der 9. November, ist mehr als Einheitsfreude. Er ist auch ein Tag der Scham, wie Bundeskanzler Schröder sagte. Am Abend deshalb eine Gedenkfeier zur sogenannten Reichspogromnacht 1938 im Haus der jüdischen Gemeinde Berlins. Scham und Freude. Deutsche Geschichte in diesem Jahrhundert. Deutsche Geschichte am 9. November. Bei mir nun im Studio, hier direkt am Brandenburger Tag, Wolfgang Thierse, Präsident des Deutschen Bundestages. Das waren Sie vor zehn Jahren noch nicht. Was haben Sie da gemacht und wie haben Sie diese Nacht eigentlich erlebt? Also ich habe mit meiner Frau und den Kindern zu Hause gesessen. Wir haben im Fernsehapparat geguckt und wir konnten es nicht glauben. Die ersten Meldungen und den Bericht von dieser legendären Pressekonferenz. Erst im Laufe des Abends weiter Berichte, dann kamen ja die Berichte von den Grenzen, haben wir es wirklich geglaubt und waren glückselig und zugleich voller Sorge, ob es denn wirklich so bleiben könne. Also so ein sehr schwankendes Gefühl. Noch ein kleiner Rückblick auf die Feierstunde heute. Es wurde kritisiert, zu wenig Ostdeutsche. Es wurde dann noch der Herr Gauck hinzugeladen. Wie kam das überhaupt dazu, zu dem Versehen? Nun, das ist eine Entscheidung des Ältestenrats gewesen. Mein Vorschlag war ursprünglich anders. George Bush und Michael Gorbatschow sollten reden als die beiden Repräsentanten der ehemals zweigeteilten Welt, damit sie die welthistorische Leistung der ostdeutschen Akteure, die den Mauerfall bewirkt haben, richtig würdigen können. Nicht, wir müssen uns nicht selber würdigen, sondern dass andere uns würdigen, war meine Idee, aber die CDU wollte gerne Herrn Kohl reden, hören und das ist ja auch verständlich und da musste auch der Kanzler reden und so kam es zu dieser Entscheidung. Als die Kritik dann verständlicherweise laut wurde, war mein Vorschlag, Jochen Gauck zusätzlich sprechen zu lassen und ich hoffe, die Feierstunde war heute dem Anlass angemessen. Wie finden Sie denn die Abendveranstaltung? Es sind einige Zehntausend hier, keiner kann es genau zählen zur Zeit. Halten Sie das für die richtige Art zu feiern? Ich finde ja, es war immer meine Überzeugung, dass nicht im Parlament die eigentliche Feier stattfinden sollte, sondern hier am Brandenburger Tor, da war die eigentliche Feier, da kamen die Bilder, die durch die Welt gingen und alle zu Tränen gerührt haben und hier sollte das eigentliche Volksfest sein. Im Parlament kann man immer nur eine relativ enge, steife Veranstaltung machen. Hier ist der richtige Ort fürs Feiern. Da platzte ja gestern das Urteil gegen Egon Krenz auch in diese Feierstunden rein. Viele sagten, das passte überhaupt nicht. Wie fanden Sie dieses Urteil und die Verkündung dieses Urteils an diesem Tag? Also ich will das nicht kommentieren, dass Egon Krenz verurteilt wurde, hat eine gewisse innere Logik, die im Rechtsstaat liegt, denn wenn man kleine Mauerschützen verurteilt, kann man Befehlsgeber nicht ganz freilassen. Allerdings glaube ich, dass das juristische Kapitel im Grunde abgeschlossen ist. Jetzt geht es um wissenschaftliche, um moralische, um dialogische Aufarbeitung der Geschichte. Wir sollten jetzt kurz mal reinhören, Wind of Change, die Scorpions und die Chillisten. Musik Amen. I follow the Moscow, and down to Donkey Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The wind is closing in, and did you ever think, that we could be so close, like grass? The future's in the air, can feel it everywhere, and now they're with the waves of change. Take me to the beginning of the moment, of the glory of the night, where the gems are freely, in the wind of change. I'm walking on the streets, and this is the memories. I'm walking on the streets, and I'm walking on the streets forever. I fall on the streets. Alle Hände hoch! Alle Hände hoch für Piratja! Und ich will lieber hin runter, bevor ich mich rein runterkomme. Eine Lichterkette soll auch gebildet werden, ganz kurz dazwischen gesagt, die den ehemaligen Verlauf der Mauer kennzeichnen soll. Eine tolle Idee, aber wir hören jetzt einfach wieder rein, das ist einfach zu schön. Die Gäste, aber wir hören jetzt einfach wieder rein, das ist einfach wieder rein. Die Gäste, aber wir hören jetzt einfach wieder rein, das ist einfach wieder rein. Die Gäste, aber wir hören jetzt einfach wieder rein, das ist einfach wieder rein. 짝igerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerific Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, vielen Dank Frau Unterlauf So, und dann müssen wir Schluss machen Das war also unsere Berichterstattung von hier Wir hatten viel Glück, dass wir den Höhepunkt des Abends mitbekommen haben Es gibt weitere Informationen von dieser Veranstaltung hier im Heute-Journal um 21.45 Uhr Aber jetzt geht's weiter im Programm Eckart Kuhn, das Wunder von Berlin Eine Reportage, die das alles noch mal ganz kompakt zusammenfasst Ich hab's hier gesehen, bleiben Sie dran, auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020